Positive Erfahrungen in ihrer Arbeit macht auch Frau Stohlmeier. Sie betreut Menschen im Besuchsdienst und schenkt Zeit und Aufmerksamkeit. Ich bin die Elke Stohlmeier, komme aus Wels, bin 58 Jahre alt, bin in der Immobilienbranche tätig und arbeite seit fünf Jahren beim Roten Kreuz im Besuchsdienst. Ich besuche die Maria nach Möglichkeit einmal in der Woche. Wir plaudern zusammen, wir gehen spazieren, wir schauen Fotos an, ich erkundige mich nach ihrem Alltag und ich lasse sie auch an meinem Leben teilnehmen. Es ist eine Tätigkeit, die sehr viel Sinn macht. Man hat die Möglichkeit, jemandem eine Freude zu schenken. Ich sehe es jedes Mal bei der Maria, wenn ich bei ihr bin, wie sie sich freut, wie sie aus sich herausgeht und wie sie glücklich ist. Rotes Kreuz macht Sinn. Rotes Kreuz. Vielen Dank.